Der Verein, der hält uns zusammen, der bietet Bewegung an, der bietet trotzdem die Verbindung untereinander an. Wir als Verein wünschen uns ein Stück Normalität, dass wir eines Tages wieder in einer normalen Trainingsgruppe, in einem normalen Umfeld trainieren können. Wollen wir natürlich mit unseren realen und virtuellen Laufveranstaltungen möglichst viele Läufer halt auch begeistern und glücklich machen. Und dann hoffe ich natürlich, dass es bald wieder losgeht. Online-Training für alle, damit eben auch dieser soziale Kontakt noch mit dabei ist. Auch die Trainingspläne von unseren Trainern an unsere Gruppen weitergegeben. Am besten gefällt mir am Training, dass ich trotz der Winterperiode im Freien trainieren kann. Zwar funktioniert das so, dass immer ein Trainer mit einem Mitglied zusammen Sport machen kann. Dann haben wir in der Corona-Zeit eine Läufer-Online-Community gegründet, Nord-Berlin-Runners. Viele meiner Läufer sind dort registriert und die können dann über die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sie haben, entweder mit der Uhr oder mit dem Telefon direkt ihren Lauf tracken. Haben durch das Projekt auch schon ein paar Preise beim DOSB und Deutschen Leichtathletikverband gewinnen können. Unsere Mitglieder, die uns seit Beginn der Pandemie-Krise so grandios unterstützt und sich so solidarisch gezeigt haben. Dass alle trotzdem Lust auf Bewegung haben und mit dabei sind. Es hat mich mehr oder weniger noch bestärkt, jetzt der Elkenau treu zu bleiben. Auch einen ganz großen Dank an unseren Breitensportförderer der IKK-BB, die uns in den letzten Jahren so grandios unterstützt haben.